Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Second Earth. Weiter geht's mit Sektor V9. Auf, auf. Da haben wir die, die Sprenger und ähm, Mann ey. Terraforming, Bioreaktor, Fertilizer Factory und Terraformer. Increases the fertility of nearby soil. Oh, das ist gut. Für Farmen. Das wäre gut. Ja, ja, ja. Ja, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich mal wenigstens die Farmen richtig ausbaue. So, okay. Good luck. The Federation has grown to expect great things of you. Hm, toll. Wo kommen denn die Gegners? Oh, guck mal, jetzt haben wir mal ein richtiges Level hier. Äh, okay. Gut, dann fangen wir wie immer an mit dem Mining Camp. Campus Maximus Nummer 1. So, Strom. Ach so, damit neue Garagen hier keine Probleme kriegen. Ähm, das... Oh man, jetzt schon... Jetzt schon... Am... Am kriechen hier. Können hier unser Strom hin machen. Puh. Haben wir irgendwo Rubble rumliegen? Rubble, Rubble. Rubble. Rubble, Rubble. Kein Rubble? Oh, kein Rubble. Na gut. Dann machen wir schnell. Wie lange haben wir denn? Ist noch keine Welle angekündigt. Okay. Guck mal, Geld ist genug da. Dann ist das ja eigentlich kein Problem. Dann machen wir jetzt mal... Puh. Hier die Sachen hin. So, machen wir mal... Erstmal ein Greenhouse. Okay. Ein grünes Haus. Das wird das Fertilizer turnieren bei Terraformers. Okay. Wie wär's so? Ist das möglich? Ist das... Die ultimative Bauweise? Des ultimativen großen Genies? Des Genies? Es kann nur ein Genie geben. Und das bin ich. Bla, bla, bla. Schwarz, schwarz. Der große Idiot. Ja, ja. Ich seh's ja. Ja. Ja, ja, ja. So, dann haben wir das. Müssen wir hier noch kurz. Dann brauchen wir noch 100. So. Der müsste jetzt dann so machen. Ja, 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 ja. Zack. Sehr gut. Zack. Zack. Super. Guck. Das Ding läuft doch. Okay. Okay. Wir können... Mit denen hier machen wir einen Generator voll. Und die werden zu Verteidigungen benutzt. Puh. Oh, Mist. Ich seh gerade... ...dass ich hier Blödsinn gebaut habe. Das würde so gehen, aber andersrum nicht. Warte mal. Wofür haben wir den Straßen? Mmh. Oh. 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 Okay. Strom. Okay, 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 okay. Wir haben ja noch keine Linie, wo die herkommen sollen. Ich meine, die werden von da kommen, da. Keine Nester da. Wir sparen einfach so lange. Wir können dann bauen, wenn es sein muss. Ja, wenn es sein muss. Wir können jetzt mal gucken, dass wir... Ich glaube, das Community Center können wir einmal auffrischen. Aber wir machen erst mal... Oxygen Scrubber. Können wir den da reinsetzen? Komm, wir setzen ihn einfach da rein. So. Und dann... Ein Waste Depot hierhin. Okay, oh, von da oben. Okay, wir warten erst mal. Alles klar, kein Problem. Kein Problem. Da können wir eine Magma-Kanone hinbauen. Geht das geltlich gut? Also, die bauen wir auf jeden Fall auch da hin. So. Oh Gott, apropos Strom. Oh Gott, wir haben Minus Strom. Oh, meh. Du. 44 Sekunden. Oh, die Zeit steht ja. Jetzt nicht mehr. Aber gleich. jetzt. Ich weiß ja nicht wie groß die Welle ist. Es gibt nie zu viel. Es gibt nur zu wenig. Echt, das bringt jetzt schon gar nicht mehr so viel? Kann nicht sein. Guck. Ah, wir haben zu wenig. Scheiß. Blöde Garagen. Okay. 1 zu 6. Das wird eine lange Folge. Ja, freut euch aber, hm? Bio-Reaktor. Convert food into power. Wollen wir das überhaupt? Warum fahren die denn hier nicht weiter, hm? Ach, ich trottel. Was habe ich denn da gemacht? Warum sind die denn alle da oben? Wollen die alle Waste wegbringen und bleiben dann hängen? Okay. Tut mir leid. Das haben wir gemacht. Das ist safe. Okay. 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 So, dann müssen wir uns darum keine Gedanken mehr machen. Dann ist das erstmal vom Tisch. Ich würde trotzdem gerne sehen, dass die hier weiterfahren. Vielleicht muss ich das, äh, einen da, einen da zu zwingen. Jetzt müssen, man müsste feste Routen einrichten können. Können wir so fahren. Das habe ich nicht so toll gelöst. Am Anfang war es toll, jetzt ist es nicht mehr toll. Das Problem ist, dass ich mich jetzt hiermit auseinandersetze die ganze Zeit und Zeit verschwende. Wir machen das jetzt mal mit dem Hospital. Das tun wir mal hier hin. Dann machen wir hier oben noch eine Farm und dann noch mehr Communities. Ach, weil da der Toxic, der blöde Airscrubber ist, fahren die dann immer dann... Machen wir lieber so. Wo wird gekämpft? Oh, da kommen sie durch. Okay, da sind sie durch. Okay. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Da war der blöde Airscrubber. Machen wir das gleiche hier auch nochmal. Aber wie gesagt, sparen wir erstmal aufs Krankenhaus. Also, eine Welle kommt wieder von da und eine Welle kommt von hier oben. Okay, alles klar. Wir machen hier Mörser rein, wenn es geht. Ich sollte erst mal einbauen. Halten wir es kurz, ja, ne? Ach, scheiß Moneten, ne? Scheiß Monetenprobleme. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir haben einen Mörser. Immerhin das. Ein Schockpad? Ich glaube, ich muss doch mit der Community anfangen. Bevor wir irgendwie... Mist. Mist. Das hätte ich niemals verbinden dürfen. Oh, da sind sie schon. Oh, nein! Kämpft! Tapfere Bewohner! Oh, die schlagen sich super. Die schlagen sich super. Lol, das war ja easy peasy. Lol, im Ernst? Ein Witz? Hatt ich Angst? Keine Sekunde. Pass auf, jetzt werden wir hier aber mal was Besseres machen. Überlege, ob wir das ändern. Ob wir die trennen. Aber jetzt ist es schon zu spät. Jetzt haben wir es ja richtig verkackt, ja? Jetzt haben wir es verkackt. Okay. Okay. Andersrum, und zwar so. So. Ich glaube, jetzt machen wir nur noch ein Krankenhaus und dann lasse ich das mit den Communities. Da müssen wir halt Geld sammeln. Von da an müssen wir dann nur noch Verteidigung bauen. Strom und sonst was für ein Zeug. Okay, okay. Tritium-Superstrom bauen wir dann. Ach, nee. Meine Güte, immer das Gleiche, ne? Wir sparen jetzt. Hospital. Sparen, 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 sparen. Hospital. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Wo kommt der denn auf einmal her? Oh, oh, oh. Und ich komme die nicht mal von da. Doch, kommen sie! Mist! Wir schaffen das aber. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Keine Sorge, wirklich. Oh Gott, wir werden sterben. Wir schaffen das. Glaubt an mich. Ach, da kommen sie schon wieder. Okay, jetzt aber. Jetzt haben wir das Hospital. Jetzt gibt's Asche. Terraform. Increases the fertility nearby soil. Aber dafür brauchen wir... Must build a range of a fertilizer plant. Fertilizer. Guck da, fährt keiner. Zum Kotzen, oder? Jetzt machen wir hier noch, äh, hier, oder? Wie machen wir das denn überhaupt? Da müssen wir hier runter. Hier hoch. Und hier jetzt geht's ja hoch. Oh, schrecklich. Kann ich das eigentlich abreißen und wieder neu machen? Und dann ist der Waste weg. Machen wir erst mal die hier. Den so und den... auch so. So. Wir haben... Wir haben noch Zeit. Es ist noch keine Welle angekündigt. Ah ja, das ist nur drei. Puh. Wiegt hier jemand durch? Es ist ein 1A-System. Guck mal, da fahren mehrere durch, obwohl sie es gar nicht müssen. Oh je. Ich glaube, ich muss die wirklich, äh... abklemmen. Ja? Meine Güte. Guck mal, ist schon Chaos. Also, mehr kann ich jetzt auch nicht mehr machen, als hoffen, dass sie das da benutzen. Ich könnte eigentlich noch mehr Greenhouses machen, dann würden sie vielleicht auch da hinfahren. und schon ein paar kleinere. Ein bisschen mehr Essence Truck und schon haben wir das Problem gelöst. Okay. Hier ist noch überall noch mehr Eisenerz, aber das müssen wir alles darunter bringen. Was zum Kurzen ist, was ich da über diese schönen Garagen, die ich gebaut habe. Okay, aber... Okay. Verteidigung. Verteidigung. Okay. Magma? Ihr macht das schon, ihr macht das schon. Ihr braucht mich da gar nicht. Oder doch? Oh, ist das teuer. Ich muss gar nicht... Ich habe da nie drauf geachtet, wie teuer die eigentlich sind hier. Je besser, desto kürzer, desto besser, ne? Okay. Okay. Wir brauchen jetzt mal einen Tritium-Reaktor. Ganz schnell. Erstmal nur einen. Okay. Okay. 1 Minute 26. Kein Problem. Kein Problem. Ich bewerteliere. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Überhaupt kein Stress. Ich bin Bomber-Crew-Pilot. Ich schaff das. Ich habe Bomber-Crew geschafft und alles andere schaffe ich dann auch. Ich schaff das. Ich schaff das. Wir haben echt ein Community-Problem. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Das ist krass. Wir schaffen das schon. Wir brauchen keine Manpower. Oh Gott. Das ist normalerweise müsste in jedem Tor-Spiel das nicht mehr möglich sein. dass man nachbauen kann. Aber ich denke mal das einfach an weil es nicht balanced ist. Pass auf. Wir versuchen jetzt mal ein abgeschlossenes System zu bauen. Scheiß auf Geld. Hier geht es jetzt nur um die Arbeiter. Okay. Okay. Ein bisschen Geld machen wir ja trotzdem. Den suchst du ja nicht. Ich muss mal hier zumachen. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir hier noch ein paar Laser hin machen. Oh Mann. Ich meine Magma-Beams. Wir haben hier so ein Magma-Beam. Okay. 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 Ah, so ein... So ein bisschen was. Ja, wenn man das... Es ist halt... Es ist halt... Man soll eigentlich viel Try and Error spielen. Aber ich versuche es ja bis aufs Erbrechen zu schaffen. Also das hätte ich... Also man müsste es so bauen, dass du Oxygen Scrum und so auf die andere Seite irgendwie baust und guckst, dass die LKWs nicht... Man müsste irgendwie Brücken bauen können, darüber geht's doch bestimmt, ne? Also man müsste Brücken bauen können, sodass Straßen nicht miteinander verknurrt werden. Oder man, ähm... Dass man Straßen setzen kann, äh... Dass... Dass die nur bestimmte Routen fahren, sonst nix. Das wäre, glaub ich, ganz gut. Ich weiß ja nicht, wie krass jetzt die Welle wird. Wir müssen einfach aufpassen. Guck mal, hä? Keine Essen. Was hab ich denn da... Warte, was ist das denn jetzt hier? Achso. Was... ... ... Oh yeah. Alter, kommt, holt doch mal ein bisschen was hier an. Bring mir Ohr. Wir sammeln es vielleicht bis zum Moment, wo wir wissen, von wo die kommen. Das ist die Frage, wie viele von hier aus angreifen. Okay, los geht's. Oh yeah. Okay. Hohohoho. Wie vielte Welle ist das jetzt? Das ist die letzte? Nee, ne? Das ist doch irgendwie die vierte, fünfte oder so. Fünf von sechs. Okay. Vier Wellen haben wir besiegt. Okay, machen wir jetzt mal schnell. Jetzt warten wollen wir nicht. Wir brauchen ein bisschen mehr Strom. Okay. Ich könnte noch ein Generator bauen. Okay. Okay, ich schaff das schon. So, jetzt machen wir nochmal eine Menschenfarm. Aber warum sind denn hier nicht so viele Leute? Das verstehe ich nicht. Wegen dem Auto? Im Ernst? Ich meine... Ist das so important? Anscheinend schon. Okay, wusste ich nicht. Aber trotzdem wird das wahrscheinlich funktionieren. So wird es schon funktionieren. Es wird schon gehen, es wird schon gehen. Storage full cannot produce. Dann machen wir noch einen Mörser. Okay. Machen wir hier oben auch noch einen hin. Er ist zu teuer, glaube ich. Ich habe immer noch keine... Von Tesla können wir überhaupt nicht. So. Puh. So. Könnt ihr hier noch Hier noch einen machen Meine Güte, da kommen immer noch Sprenger zwischendurch Wir schaffen das Beim nächsten Mal sind wir schlauer Auf jeden Fall Beim nächsten Level, da werden wir ankommen Ich weiß ganz genau Strom ist safe, oder? Mist! Was ist mit unserem Personal? Haltet die Stellung! Oh Gott Die letzte Verteidigungslinie einrichten! Why did I survive? I don't understand Okay, pass auf Hier müssen wir neue Endlager bauen Alles gut, alles gut, alles gut Wir brauchen mehr von den Magma-Beams Mehr Magma-Beams Heil dir, Magma-Beam Die machen wir hier unten erst mal So Magma-Beam ist hier unten Abgeschlossen So So Sollte jetzt wohl safe sein Wir machen das Dann ist es wieder hinfällig Aber So Jetzt ist es da unten Ich muss mir keine Sorgen machen Ich bin die Ruhe selbst Ich bin die Ruhe selbst Nichts kann mich noch aus der Ruhe bringen Mein zweiter Name ist Ruhemar Ihr blöden Sprengdeppen, ey Das gibt es doch nicht, alter Die Ding Okay Habe ich so viel Geld übrig? Oh Gott Und schon wieder ist es Komm, ich kriege noch mal ein paar Leute Das schaffe ich Oder? Leute, es wird ernst Sehr ernst Ich bin die Untertitelung des ZDF, 2020 Haltet die Stats, Haltet die Stats! Oh, Mann, ey! Glory to the Humanity! Kinder-Spiel! Da ist nicht ein Bug durchgebrochen! Finally, a challenge! Ja, puh! Ähm... Kinder-Spiel-Planes! Äh, 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 äh... So, und dann nächste Folge jetzt Mission. Bis dahin, haut rein, Leute! Bis dahin, haut rein, haut rein, haut rein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017